Noch kurz bevor das Video beginnt, will ich euch nur kurz sagen, dass mein Partner Lootboy mir eine PS4 500GB mit dem neuen Fortnite Neoverse Skin zur Verfügung gestellt hat. PS4 werde ich auf jeden Fall dann an euch verlosen. Ich werde auch gleich noch ein paar Packs ziehen, aber jetzt erstmal zur Verlosung. Um mitzumachen, müsst ihr einfach nur in die Kommentare euren Lootboy-Namen reinschreiben. Also einfach den Namen von eurem Lootboy-Account in die Kommentare. Aber ja, genug geredet. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt erstmal so 10-20 PC-Packs. Rechts oben könnt ihr meine Lootcoins und Diamanten sehen. Da habe ich auf jeden Fall schon ein fleißig paar gesammelt. Also hier PC, Battle Royale Premium-Pack. Ah, ich kann einfach direkt 10 kaufen. Perfekt. Also ich habe mir jetzt hier 10 Packs geholt. Hier ist das erste. Premium-Karte. Was? It's a city for wallpaper. Geil. So, Premium-Karte. GTA? Was? Minecraft, 4 Slot, Public Server. Okay. Premium-Karte. Rit 2 Spiel. So. Okay, Premium-Karte. Was? 600 V-Bucks? Ja, nice. Und ganz wichtig, immer wenn ihr 10 Packs geöffnet habt, dann gibt es noch ein Überraschungspaket. Und zwar das Gold Rush-Paket. Da können V-Bucks, Skins, PC, Vollversionen, alles drin sein. So, hier ist auf jeden Fall mein Gold Rush-Paket. So, ich öffne das mal. Und... Honor in 2... Was? Honor in 2... Ich habe den Wonderskin bekommen? Was? Also, krass. So, das Game werde ich mir auf jeden Fall direkt auf meine Couch machen. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Code. Über den Code Let's Go bekommt ihr 20 Diamanten. Das sind 2000 Loot-Kreuz und 20 Setser-Zunge. Den Code könnt ihr ganz einfach unter Einstellungen und Code einlösen. Einlösen. Aber an die Leute, die iOS benutzen, müssen den Code über die Webseite einlösen. Müsste ich auch machen. So, ja, Looper. Erster Link in der Beschreibung. Nicht vergessen. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's. Also, ihr habt es ja schon im Titel gelesen. Heute kommt mal was bisschen anderes. Und zwar mit dabei ist It's Asi TV. Was geht ab, Leute? Wieso hast du eigentlich nicht dein Skin an? Oh. Warte. Wir spielen heute auf jeden Fall, wenn ich du wäre. Ich denke mal, ihr wisst alle, wie das funktioniert. Dann, hier ist auf jeden Fall eine neue Shop. Vergiss auf jeden Fall nicht. Greater Code, ArianFN. Falls ihr mich kostenlos unterstützen wollt. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen direkt in die erste Runde. Nein, warte. Ich fange doch an, ne? Ja, wenn ich du wäre, würde ich aus dem Shop Fraktalpunkt mir schenken. Ey. Direkt, direkt will er was geschenkt haben. Das kann er nicht sein. Was willst du? Fraktalpunkt. Fraktalpunkt. Ey, Mann. Bitteschön. Dankeschön. Okay, komm, lass salty. Okay, in der Zeit überlege ich mir schon mal, was du als nächstes machen musst. Oh, da ist ein Lama. Ey, der will das auch haben. Ey, wenn ich den jetzt mit Spitzsacke hole. Was? Ich habe ihn geholt. Mein Name, Junge. So, wenn ich du wäre, würde ich alle deine Waffen mir geben. Du meinst gerade ernst? Komm, bringe. Ich habe keine Waffen, also. So, was hast du denn schon für mich? Okay. Oh, goldene Shotgun. So, warte, da habe ich auch was für dich. Zapperfalle. Warte, hier. Und Shotriss. Oh. Warte, die andere ist einfach ganz so haben. Danke. Du kannst jetzt nicht so was wie, gib meine Waffen zurücknehmen, ne? Nein, nein, das geht nicht. Nein. Ey, hier ist jemand. Was? Oh, oh. Ich habe einen. Okay, den anderen. Ich habe ihn. Warte, ich habe gleich für uns Lagerfeuer. Perfekt. Hast du genug zum Bau? Ja, ich habe genug. Wenn ich du wäre, würde ich alle Mets mir geben. Alles. Alle Mets, ja. Hast du noch genug zu bauen? Ich habe gar nichts mehr. Du hast gesagt, alles. Ja, okay, hier. Nimm hier. Gib mir bitte was. Ey, Junge, ich hatte... Ich hatte so viel. Ey, hier ist ein Ballon. Oh, was bringt der Ballon? Weiß. Okay. Oh mein Gott, bei mir, bei mir. Hab ihn. Bei mir. Er belebt seinen Freund. Er belebt seinen Freund. Beeil dich. Er will mich... Nein, bei mir nicht. Nein. Oh, Schwein. Hab ihn. Junge. Jetzt habe ich auch alle meine Wets wieder. Ey, da unten sind welche. Midgets. Wenn ich zu wäre, würde ich zu den Gegnern hingehen und sie antanzen und einfach mal hoffen, dass sie auch tanzen. Du darfst nicht schießen. Das ist dein Ernst? Warte hier, mit denen kannst du sie hingehen. Ich glaube es nicht, Alter. Viel Spaß. Ja, ich tanze gerade. Der ist einfach neben dir und schlägt es nicht. Echt? Du tanzt da unten einfach und die kämpfen einfach so weit, als ob nichts wäre. Wo ist der andere Typ? Kann ich jetzt aufhören, oder? Ja, du kannst aufhören. Ah, fuck, hat nicht so gut geklappt. Ey, Mann. Die haben ja nicht mal gecheckt, dass du getanzt hast. Ich war voll fokussiert auf Kämpfen. Du hast so Glück gehabt. Ey, ich habe noch ein Lama gefunden. Halt's auf. Wenn ich du wäre, würde ich das Lama mir lassen. Dann bin ich Witze. Wenn ich nicht gesagt hätte, nein. Geil, Dankeschön, Bruder. Ey, das kannst du jetzt nicht bringen. Ey, gib was ab, Witze. Witze, gib was ab. Ey, ich habe es gefunden. Du darfst den Schilddrang nehmen. Ey, Schilddrang habe ich gesagt. Ja, danke. Hast du ein Jump-Hit? Äh, ja. Ich habe sogar zwei. Wenn ich du wäre, würde ich alle meine Jump-Hits entdroppen. Und liegen lassen. Nur Jump-Hits? Danke. Ja. Bitteschön. Hab einen. Hey, warte mal. Ich schaff das wegen der Zune gar nicht. Hä, ich schaff das nicht. Ja, ich weiß, ich weiß. Das schaffst du nicht. Ich will viel zu viel Schein machen. Passt schon. Ey, wo sind denn alle? Ah, da vorne ist einer. Zwei Leute. Aha. Hey, das ist ein Try-Harder. GG. Geschlecht. Oh, noch drei Gegner. Vielleicht bist du erster. Vielleicht, vielleicht. Da ist ja unten die ganze Zeit. Ich habe es gar nicht gecheckt. Warte mal, als nächstes bist du dran, ne? Also ich habe die Jump-Hits mitgeholt. Ja, gut. Wo ist denn der letzte Gegner? Das Leben noch zwei. Vielleicht ist es sein Team, oder? Ja. Ja, warte. Der ist so schlecht. Oh, der letzte. Der andere guck mal, wie schlecht. Wenn ich stur wäre, würde ich die Runde verlassen. Junge, das ist ja einfach zu winnen. Los, verlass. Ey, das wäre der einfachste Sieg gewesen. Die waren so schlecht. Junge, das ist nicht dein Ernst. Okay, ich bin jetzt auf jeden Fall wieder dran. Das wird dann die letzte Aufgabe sein. Und zwar, wenn ich du wäre, würde ich mich zeigen. Hä, wie zeigen? Du schickst mir ein Bild von dir. Hä, ist das dein Ernst? Ja. Junge, nein, du machst Spaß, oder? Nein, ich war jetzt ernst. Du musst es machen. Okay, warte, ich schicke dir jetzt ein Bild. Machst du echt einfach so jetzt? Ja, ich mache jetzt einfach. Ja, okay, sind. Hier. Junge, willst du mich verarschen? Hä, du wolltest ein Bild von mir? Hier hast du ein Bild von mir. Junge, da warst du ein Jahr alt, oder so. Ja, und? Du wolltest ein Bild von mir? Du hast nicht gesagt, Mann. Ja. Du hast nicht gesagt, ein Bild. Junge, fuck, ich hätte sagen müssen, du bist ein aktuelles Bild. Och, Dicke. Naja, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, vergesst nicht zu abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.